Nach dem 4 zu 2 Erfolg am Dienstag gegen Türkeci München, jetzt also die Hoffnung der Freiburger U23 und Trainer Thomas Stamm auf etwas Zählbares bei den Würzburger Kickers. Aber erstmal setzten die Gastgeber ganz in Rot das erste Ausrufezeichen in dieser Partie. Die erste Offensivaktion mit der Hereingabe von Kuppert. Und in der Mitte Becker, aber Atubolu mit einem Riesenreflex bewahrt die Freiburger vor dem Rückstand nach nur fünf Minuten. Noah Atubolu zum ersten Mal schon ordentlich gefordert. Knappe zehn Minuten gespielt, erster Angriff Freiburg, Risch mit dem langen Ball in Richtung Kammerbauer. Und da kommt Kraulich und bringt den Freiburger zu Fall, aber der Elfmeterpfiff blieb aus. Nochmal die Szene, da hätten sich die Würzburger nicht beschweren dürfen, wenn es Strafstoß gegeben hätte. Dessé mit 4,9 in der Startelf, Braunschuhmacher, Schmidt, Risch und Wagner von Beginn an dabei. Und mit viel Dynamik im Spiel nach vorne, Wagner, Engelhardt und dann kommt wieder Wagner und der Paste, Führungstreffer für Freiburg. Durch Robert Wagner musste gegen München ja gelb gesperrt aussetzen in seinem 23. Spiel mit seinem ersten Treffer. Das war keine Abseitsposition. Und dann der erst 18-jährige Mittelfeldspieler mit aller Ruhe beim Abschluss. Ein perfekter Auftakt für seine Youngster-Truppe, die hier eine äußerst selbstbewusste Anfangsphase hinlegten. Ecke Würzburg, getreten von Hermann. Und dann wird es unübersichtlich im Freiburger Strafraum. Becker bekommt den Ball und dann ist er drin. Der Ausgleich für Würzburg durch André Becker. Sein erster Treffer für die Kickers, in der Winterpause erst aus Regensburg gekommen. Kein Zugriff bei der Freiburger Defensive und dann nutzt Becker das Durcheinander. Unterm Strich bleibt ein allemal unnötiger Treffer aus Sicht der Gäste. Nach einer halben Stunde dann wieder die Freiburger. Der lange Ball von Braun Schumacher auf Weishaupt. Klasse gemacht. Und dann versucht er es einfach mal. Aber Bunmann ist da. Gute Möglichkeit für Noah Weishaupt. Der traf ja zweimal gegen Tökücü. Hier aus sehr spitzen Winkel. Da wäre die Suche nach einem besser postierten Mitspieler wohl sinnvoller gewesen. Die Schlussphase der ersten Hälfte. Nochmal die Kickers. Wieder Gewühl im Freiburger Strafraum. Wieder Durcheinander. Und dann ist es Kopatz. Da fehlte nicht allzu viel. Erst der Befreiungsschlag von Engelhardt. Hoch, aber zu kurz. Und dann verliert Kammerbauer das Duell gegen Kopatz. 1 zu 1. Der Spielstand zur Pause. Das ging in Ordnung. Der Freiburger Anhang sah insgesamt ein ordentliches Spiel. Kurz nach wieder Anpfiff. Freistoß Würzburg. Stefaniak. Auch ein Winterneuzugang. Und da ist wieder Becker. André Becker mit der Lufthoheit im Freiburger Strafraum. Noah Atobolo wieder mit einer starken Reaktion. Nach 55 Minuten die ersten beiden Wechsel beim SC für Troi und Kehl kamen Kehrer und Fermet. Die Partie insgesamt nicht mehr mit so viel Tempo wie vor der Pause. Über eine Stunde gespielt. Würzburg jetzt mit mehr Ballbesitz. Etwas aktiver. Und das ist Pipic. Und wieder muss sich Atobolo strecken. Würzburg wurde stärker nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge. Ein Sieg hier gegen Freiburg fast schon Pflicht. Von einem Nicht-Abstiegs-Platt ist man zurzeit fünf Punkte entfernt. Die anschließende Ecke. Wieder Kuppert. Würzburg jetzt klar spielbestimmt. Freiburg noch ohne eigene ernsthafte Offensivaktion in der zweiten Hälfte. Gut zehn Minuten noch zu spielen. Mal wieder die Freiburger. Kammerknecht. Schön gespielt. Kehrer. Emilio Kehrer. Immerhin mal wieder ein kleines Zeichen der Jungs von Thomas Stamm. Aber die nächste gute Szene dann noch mal auf der anderen Seite. Die Gastgeber mit dem eingewechselten Bräunig. Aber auf einen war Verlass bei den Freiburgern. Torhüter Noah Atobolo. Immer da, wenn er gebraucht wird. Der Schuss von Kammerknecht noch abgefälscht. Und die Nachspielzeit im Stadion am Dallenberg. Die Würzburger mit dem Schlussspurt. Nochmal der starke Kuppert setzt sich durch. Aber an Noah Atobolo kommt er nicht vorbei. Der Freiburger Torhüter der beste Mann seines Teams. Und es blieb die letzte Möglichkeit für die Kickers. Das war's in dieser Partie. Nach 90 Minuten. 1 zu 1 der Spielstand. Punkteteilung in Würzburg. Aus Freiburger Sicht ein hart erkämpfter, aber nicht unverdienter Auswärtspunkt. Punkteteilung in Würzburg. Punkteteilung in Würzburg.